was geht ab leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir und zu einem richtig geilen video denn wir haben hier von funkel die nishiki kamuro eine mordsgroße batterie mit ein kilogramm neem wir haben 30 millimeter kaliber auf 44 schuss in 39 sekunden es ist einfach nur genial würde sagen wir schauen hier einfach mal ganz kurz rein so und da haben wir schon das ding ihr seht es ist geteilt aus zwei batterien aber es ist einfach nur brachial also es ist wirklich monströs das teil es ist ein super super schöner effekt und davon macht ihr euch jetzt selbst einen eindruck und dabei wünsche ich euch jetzt viel spaß so frohes neues leute wir haben 0 uhr es regnet leider ein bisschen aber scheiß drauf wir eskalieren jetzt richtig wir starten hier mit der nishiki kamuro von funkel let's go 0 uhr 0 uhr 0 0 Untertitelung des ZDF, 2020